Um das Paradies zu betreten, müsst ihr eine Frage richtig beantworten. Okay, 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 okay. Was ist von außen haarig und von innen feucht und soft? Hm, eine Kiwi? Das ist richtig. Was? Du kannst jetzt das Paradies betreten. Wenn man mich in den Mund nimmt, bin ich am Anfang erst hart und danach weich. Mich kann man blasen. Was bin ich? Ein Kaugummi. Richtig. Du kannst jetzt das Paradies betreten. Da wäre ich niemals draufgekommen. Was ist ca. 15 cm lang, kommt in deinen Mund und dieses etwas sorgt dafür, dass du was Weißes ausspuckst. Zahnbürste. Schwanz. Das war klar.